und damit meine lieben willkommen zurück zur neuen folge war mit teil 2 es wird sehr amüsant ich hoffe gut ich hoffe wir können mal schauen ob wir das triggern können wie in der letzten folge wenn wir munition aufsammeln kriegen wir mehr wie sagt man primär erhöhte nach erhöhte nachladezeit verringerte nachladezeit um 50 prozent wir haben von passivfähigkeit irgendwie wenig dass wir steht ja nicht aber wir haben 15 prozent oder nochmal 30 oder wir noch angriffsgeschwindigkeit das müsste alles zusammen zählen und wenn wir mehrere treffen mit der handgun und munition aufsammeln dann wird es verdammt lustig zumindest sollte es verdammt lustig werden jetzt habe ich schon munition auf gesammelt ich nach verdammt ist aber nicht schlimm ich habe über nichts weg geholt schauen wir mal okay okay ist jetzt schon wieder hier aus ausgelaufen so haben wir einmal getroffen wir können hier einfach relativ oft treffen aber ist ein bisschen munition auch sparen wir müssen nicht unbedingt ganz viel hier brauchen daneben okay bin ich so weit nicht so schlimm da hinten das random fernkampfwaffe das ist okay aber da bin ich nicht so gespannt drauf manchmal auch mehr hier lang ich trinke mal einen trank hier und ich sag mal dankeschön da gibt es irgendwie einen schöneren drang endlos nö endlos machen wir sicherlich nicht mehr wir haben das werfen wir die mogrims hier irgendwie weg aber wir könnten soll ich verdammt hammer hahaha okay ich bin alles in ordnung so mal sehen dass wir hier ein bisschen von denen hier weg holen und schön hier rein schubsen das ist auch wichtig jetzt warten wir ein bisschen ab wollen den so ein bisschen weg und werfen dann die nächste bombe hierhin so nächsten morgens ist hier draußen ich hoffe krill hier stirbt nicht ich glaube krill jetzt gestorben ja okay alles nicht so genial gerade so wir müssen jetzt durch ein paar durchschließen das ist wichtig das wird gerade nichts mehr durchschließen es funktioniert es funktioniert es funktioniert wenn wir durch die durchschießen und die munition auf oh gott das ist es ist so kaputt okay verdammt verdammt es ist zu gut es ist zu gut ich habe so unspaß wie seit lange nicht mehr es ist zu gut so ob wir keine munition mehr euro verdammt ist ja ist möglich dass wir keine munition mehr haben das macht sinn können wir den hier unterschubsen und tschüss hat geklappt nice so weg damit ich sehe keine munition wenn ich ehrlich bin aber wenn wir hier die vermins mitnehmen kriegen wir gleich munition wenn unsere maids hier ging ins fertige brauche jetzt munition okay alles gut okay ist weg haben wir noch mal hier unseren superkit grad aktiv die rettling ist weg die munition lassen wir da liegen ich bleibe hier oben stehen wenn das klappt es wird lustig mal gucken kommen ein paar kleine kommen ein paar große ich bin gespannt ich glaube das sind die hier die mauler sind es nicht ist aber nicht so schlimm wir warten erst mal ein bisserl ab bis wir unsere bomb bewerben okay so viel zu abwarten gucken wir mal dass wir den vielleicht so hier weg holen können den ein so ein assassin haben wir da hinten haben wir auch was weg geholt ich versuche hier ein bisschen reinzuschießen blind durch die inganz wegzuholen okay da hinten kommen paar blake monks hier ja es scheint wirklich wieder zu triggern ja es triggert einfach direkt wenn wir piercen wenn wir wirklich piercen okay es ist so genial so wir haben gleich wieder eine bombe runter so und jetzt muss das eigentlich triggern gleich jawohl es triggert wieder auch genial so wir können aber hier holten wir eine bombe runter versuchen die besser zu staggern und die auch ein bisschen bei uns oben ist auch nicht so schlimm hier ist noch eine dingens wenn wir irgendwie die ersten auf sammeln und dann müsste es eigentlich wieder funktionieren aber wir haben nicht gepierst das war es wieder es ist so genial ich feier es gerade zu hart die antwort nein wir dürfen es nicht nehmen verdammt aber das ist schon das schon kommen wir machen es guten tag auf wiedersehen so mal gucken dass wir hier noch ein bisschen was weg holen so alles in ordnung ich hoffe wir kriegen hier noch mal irgendwo eine horde gleich das ich möchte das noch ein bisschen ausprobieren so so ganz gemütlich auch wir können hier unsere handgun upgraden nice wir können auch mal hier unsere dingens einsetzen und da haben wir jetzt noch nicht genug coins dafür vielleicht haben wir gleich genug coins dafür aber das werden wir gleich sehen so ok hat nicht geklappt wir haben ja nicht beide bekommen aber wir können ein bisschen ausweichen damit wir nicht getroffen werden das ist auch eine ganz gute idee unser dingens ist aktiv hier jetzt ist noch mal aktiv müssen wir ein bisschen nach hier oben laufen vielleicht kriegen wir noch die gasratte jawohl ist wieder aktiv hier so wir müssen hier den mauler weg holen erstmal hier die gasratte okay es ist aktiv so zumindest ist egal wir können ein bisschen schaden nehmen ist nicht so dramatisch ist nicht so dramatisch wenn wir ein bisschen schaden nehmen ja wenn wir hier das spiel ist überhaupt nicht broken es ist alles in ordnung wir haben gerade keinen munitionspack mehr das ist das andere problem wir brauchen die ganze zeit ganz viel munition und ich muss auch ein bisschen anders angreifen hier mit uns drin so wir müssen ein bisschen aufpassen hier ich hole mal grillen hoch sollte alles hier noch ganz gut funktionieren muss hier aufpassen nicht dass ich hier irgendwie ein bisschen zu viel hier hat wohl so haben wir gucken mal dass wir hier vielleicht noch irgendwas anderes treffen alles in ordnung munition ja ich kann es halt nicht so gut triggern das ist halt das problem das ist halt das hauptproblem ich muss erst durch mehrere durch schießen und dann den pack aufheben ja jemand fragt ob wir zwei hatten ich schreibe mal dass auf legend war und nicht hier so unsere fähigkeit ist sogar aktiv mal guck mal wir hätten besser was weg holen können vielleicht können wir noch mal da weg holen hinten so da ist noch ein besorger dann ist noch eine rettlinge oh hier sind noch ein paar blake monks vielleicht schaffen wir das ja es ist aktiv ok nice wie es auch dann direkt nachlädt ist es überhaupt kein bug kein bug keine wachs gefunden in dem spiel also wenn ich mich selber heile ich ein paar halte ich unsere maids in der nähe das ist ganz gut dann mach ich das gleich mal so ich frag mal ob wir alle hier zusammen kommen können dann könnte ich uns zusammen heilen so weg mit den allen hier so auch den stormwormen hier nicht erlaubt dass jemand ist okay es ist irgendwie es ist saulustig muss ich gestehen so es ist auch lustig dass unsere handgun gerade unsere hauptwaffe ist okay alles in ordnung können wir nach oben gucken aber es war eigentlich die haben das gepatcht schon vor langem es gibt hier keine zweite kiste damals gab es hier zweite kisten das war das das war das lustige das ist so da ist ein stormwormen den ich nicht bekomme die chaos warrior bekomme ich vielleicht vielleicht okay der ist weg das ist nice ich darf mal eine bombe hier hinter so versuche mal hier den das chaos warrior noch ein bisschen zu ärgern hier hinten kommt noch eine druckkratte haben wir mal gucken ob wir den stormwormen hier noch bekommen oh gott das ist viel zu lustig es ist viel zu lustig in der letzten map kommen die wenigstens alle so über einen eine wie sagt man eine reihe da können wir das vielleicht richtig nutzen ich hätte mir vorgestellt dass wir das vielleicht besser nutzen können aber so ganz ist es halt nicht so mal gucken dass wir hier noch ein bisschen was weg holen ja aber wir haben es wir haben es ist egal ob wir schaden bekommen so so jetzt können wir wieder schießen oh es ist so geil es ist so geil ja weiter oh es hat aufgehört alles gut ja können wir wieder weitermachen es ist zu genial dass es einfach klappt es ist zu genial nein keine Funktion mehr okay ist nicht so schlimm ach diese Momente machen mich so fröhlich das ist so amüsant ich warte jetzt noch mal kurz hier auf einen genau auf irgendwas hier damit wir ein bisschen Munition hier bekommen okay da ist noch ein Assassine hier können wir noch ein bisschen Munition mitnehmen oh es ist aktiv okay war zumindest kurz aktiv die Handgun ich schreibe mal gleich wie das ist oh ja ich bin ja viel zu abgelenkt so und dann habe ich mal das Verbandszeug hier und dann sehen wir in meiner nächsten Folge wie gut oder wie schlecht wir das hier nutzen können ist jetzt auch nicht so dramatisch dass wir hier ein bisschen einstecken so so jetzt können wir nochmal hier schießen oh es ist zu amüsant es ist viel zu amüsant so nochmal können wir hier ein bisschen schießen jetzt müssen wir aber hier langsam nach draußen gehen so oh okay das war zu viel das war zu viel ich habe zu viel Spaß hier gehabt viel zu viel Spaß machen wir den hier und wir haben eine Bombe hier also ich bin der Meinung wir sollten Baden ein bisschen öfter spielen in der Zukunft scheint mir ganz spaßig hier zu sein vor allem wenn wir hier so unendlich draufschießen können brumm macht es einfach ja okay zu viel Spaß hier dann da kommt noch ein Assassiner brumm oh Gott das ist zu amüsant so mal gucken ich habe hier irgendwie noch ein bisschen Lust ein bisschen mehr Munition mitzunehmen wenn ich ehrlich bin so mal gucken wir können hier erst das war hier noch ein bisschen anschießen so okay der hier hat nochmal Kruger getroffen soll dann bitte aufhören wir haben noch 15 Schuss wir können noch ein, zwei mal hier draufschießen okay nice nice okay ich hoffe ihr hattet so Spaß wie ich nächste Folge wird nochmal interessant ich hoffe wir haben viele Specials am Ende das könnte nochmal amüsant werden aber ja dann bis zur nächsten Folge und tschüss tschüss tschüss